Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Es ist jetzt tatsächlich die ganze Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, aber wie man hier eindeutig sieht, wir sind hier bei der zweiten Rune. Dadurch, dass es so lange her ist, bin ich mir unsicher, was für einen Zauber wir tatsächlich machen wollten. Also überlege ich jetzt nochmal schnell neu die Liste der Sprüche. Ich weiß, letztes Mal haben wir den Aufhebungszauber gemacht. Und wie wäre es, wenn wir den einfach nochmal prüfen, den einfach nochmal versuchen? Das wäre Nefleck und Red Gormor. So, dann schauen wir mal. Wir haben das schon aktiviert. Nefleck und Red Gormor. Untersuchen. Das wäre hier Red Gormor für Areal. Und die Rune wurde gesetzt. Wir können zurück teleportieren. Schauen wir mal, was uns jetzt für Gegner erwarten. Da sehe ich einen Haufen Trapper. Habe ich irgendwelche kleinen Schusswaffen für die? Ich bin etwas Flottes. Und ich habe auch einen kleinen Handschuh über meinem Daumen, der immer schon so schwitzig wurde. Einmal. Zweimal. Nachladen. So, der ist weg. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Das ist das Problem. Da ist eine. Dann ist hier rechts noch einer, außer ich habe die Kopfhörerverkehr drum auf. So, gucken wir mal hier. Wir sind in den Straßen der verdammten Floss, das Blut durch in Stein eingelassene Kanäle. Entweder um den Bewohnern der Stadt Nahrung zu geben oder um die dunkle Magie Xalotaths mit Energie zu versorgen. Jetzt fließt hier natürlich nichts mehr. Aber da hinten ist ein Ebel. Und die können wir natürlich betätigen. Können wir nicht. Ist der schon betätigt oder was? Ja, das ist dann also noch gespeichert vom letzten. Hier waren wir schon. Genau, wir waren ja, wir waren ja schon mal hier unten mit einem der Vorfahren. So, ich wähle wieder die Nahkampfwaffe aus. So. Ah ja, okay. Und dann müssen wir wahrscheinlich nach hinten, ne? Einmal rennen und nach hinten. Da hat uns noch das Schild beschützt. Das erneuern wir mal eben. Und auch wenn uns der Zauber hier die magische Summe hier Energie gibt, sammeln wir die mal weiter ein, dass wir hier... Geht ja flott. So. Jetzt ist die magische Summe weg. Die hole ich mir natürlich erstmal wieder. Und jetzt müsste ich auch wieder mit einer Umdrehung und einmal ein bisschen festhängen. Müsste ich jetzt hier auch wieder entsprechend aufgeladen sein. So, dann nächstes Symbol. Das dürfte wieder Pagon oder sowas sein. Ja, da sind wir hier. Und jetzt aktivieren. Und hinein mit uns. So, hier oben dann einmal Argon. Das ist letztlich... Da können wir gar nicht viel machen. Und da ist jetzt... Aha. Blauer Stein. Ein blauer Kreis, ein roter Kreis, ein grüner Kreis mit entsprechenden Monstern. Okay, jetzt würde ich ein bisschen erscheinen, wenn ich hier drauf steige. Also hier ist dann ein blauer... Auf dem Monolithen ist eine Metallplatte angebracht. Diese trägt ein Symbol, dass wie ein Trapper aussieht. Ich nehme an, hier muss ein blauer Trapper hin. Hier ist ein roter Zombie drauf. Auf dem Monolithen ist eine Metallplatte angebracht. Dieser trägt die Silhouette eines schwerfälligen Körpers, eines Zombies. Und hier drüben ist dann ein Wächter. Hier... Auf diesem Monolithen ist eine Metallplatte angebracht. Sie trägt eine Silhouette, die einem Grauen ähnelt. Die Grauen hießen die Fiecher, genau. So, kommen wir mal weiter. Uns folgt weiterhin dieses Symbol. Da ist eine Tür, die höchstwahrscheinlich... Interessanterweise scheint die zum Ausgang zu führen. Ich kann sie aber nicht aktivieren. Scheinbar kommen wir davon woanders nochmal rein. Wie gesagt, das ist ziemlich lange her. Ich habe tatsächlich... Ja gut, okay, diese Tür ist also hier an der Seite, links oder rechts. Und jetzt sind wir hier, wo das direktiert ist. Okay, also wir brauchen diese drei Viecher. Ich bleibe mal hier hinten und gucke mal, ob ich die beschwören kann. Das war der falsche Knopf. Das war der magische Angriff. Ich muss natürlich zum Beschwören über die Liste der Sprüche gehen. So, Trapper. Das war ein... Gucken. Ganz kurz blau, rot, grün war die Reihenfolge. Also ein blauer Trapper. So, und mit dem können wir jetzt hier durch die Gegend latschen. Und uns auf die Platte stellen. Wenn ich den mal an, dass das das Witze ist. So, hier hoch. Und hier rauf. Und da tut sich schon was. Und der wird hier rein. Ah ja, jetzt erinnere ich mich, wenn ihr euch erinnern könnt. Früher war da doch dieses... Zombie, der dann in rot. Vorher war da doch dieses... Diese Art Museum. Und die Viecher sind rausgekommen. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt gerade wieder rein tun. Genau die, die rausgekommen sind. Zombie. Auch hier. Das ist jetzt schon Rennen. Und dann wollen wir den doch mal einsperren wieder. So. Das Museum wieder vervollständigen. So. Der Zombie ist auch wieder da, wo er hingehört. In seinem Display Case. Und zum guter Letzt. Ein Grauen. In Grün. Da fehlt uns natürlich die magische Energie. Also laufen wir einmal ein bisschen rum. Das sollte dann die magische Energie inklusive magischer Summe zusammen. Aufladen hier. Warten wir mal ein bisschen voll ist. So. Ich gehe auch schon mal hier hoch. Dann sollte das Grauen da oben irgendwo erscheinen. So. Da haben wir das Grauen. Nachdem das Grauen gerufen wurde, können wir mit A ein Feld angreifen. Mit R wie immer ein Gegner anvisieren. Wird der Kopf des Gegners aus der Ferne anvisiert, wird eine Schockattacke ausgeführt. Mit Start wird das Grauen aus der Kontrolle entlassen. Grauen können Türen öffnen, aber keine Items aufnehmen. Und jetzt rennen wir und jetzt gehen wir. Die sind alle nicht sonderlich schnell. So. Aber gefangen. Und damit öffnet sich die Tür. So. Jetzt machen wir die magische Summe an. Und können diesen Bereich verlassen. Und wir müssen einmal hier durch. Ah, das geht ja. Das ist ja nicht weit. Da ist doch schon das Ende. So. Und wir öffnen. Dann geht es einmal im Kreis. So. Hier hin. Das muss ich schon machen. So. Und dann, wenn wir da oben sind, speichern wir erstmal. Ganz kurz. Da ist ein Trapper. Das habe ich tatsächlich schon erwartet, dass jetzt ein Gegner anvielangsam kommt. So. Aber ich glaube, die jetzt, die jetzt wohl weg ist. Jetzt dürfte ich speichern können. Speichern. Jawohl. Den hier. Und. Die Ruhle einstellen. Ich habe ganz vergessen. Ich kann hier die magische Attacke nehmen. Um die Trapper zu killen. Stimmt. Das sollte ich in Zukunft auch tun. Statt des Revolts. So. Nun sind wir hier. Hier ist der Boden lila. Das ist ein bisschen. Ja. Und hier. Sobald ich. Der hat uns jetzt, der hat uns jetzt in unsere, in einer Art Trance gefangen. Das sieht man ja. Das ist von der Farbe her hier das Buch. Ja. So eine Buchseite. Der hat uns also hier jetzt irgendwie verzaubert. Und hier ist die Wand. Da renne ich erst mal gegen. Wie immer. Gegenwände muss man immer erst mal gegenrennen. Das macht man ja so. Die Tür hier, die wird wahrscheinlich nicht für uns. Okay, dann wollen wir doch einfach mal. Sagen wir einfach mal, wir heilen uns. Das wäre hier die. Gucken. Ah ja. Die Erholung. Ganz stark. Grün. Aber ich glaube nicht, dass das hilft. Dass es jetzt einfach diese Illusion direkt aufhebt. Sagen wir müssen hier irgendwas machen. Oh. Okay. Doch. Das hat's getan. Ich nehme jetzt tatsächlich an, dass solange wir auf dieses Ding laufen, dass es wieder passiert. Ja. Und hier kommt er. Okay. Okay. Und da kommt eine Halluzination, die so tut, als wären wir auf dieses Ding gekommen. Okay. Das Ding ist lila. Bei der Aufhebung hätte ich ja jetzt erst mal gesagt, wir müssen die Gegenfarbe nehmen. Aber gegen lila haben wir tatsächlich keine Farbe. Jetzt machen wir natürlich eine grüne Attacke. Oder wir werden grün attackiert. Hier könnten wir jetzt tatsächlich eine Weile bleiben. Nicht, weil es so schön ist, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, was ich machen muss. So. Ich nehme an. Was passiert, wenn ich jetzt eine magische Attacke mache? Aufinnerisch. Die trifft niemanden. Das habe ich mir gedacht. Okay. Dann probieren wir doch mal die Aufhebung. Aber erst brauchen wir hier volle Lotte. Wir können nochmal reingucken. Also wir haben das magische Item. Das ist klar, die Erholung lädt Sachen wieder auf. Erkennen könnte man auch machen. Gucken wir mal mit Erkennen. So, jetzt müssten wir Dinge sehen können, die wir sonst nicht sehen. Aber nein, wir sehen nichts anderes. Wir kriegen nur das hier. Wie ist das? Wie ist das Schild? Was passiert, wenn ich mich jetzt hier heile? Ich glaube, wir sind letztes Mal sind wir doch gerade einfach wieder zurück teleportiert worden, oder? Ja, genau, wir werden einfach wieder hier hin zurück teleportiert. Jetzt müssen wir wieder die magische Summe anschalten. So, was könnte man noch machen? Die Aufhebung. Achso, ich kann dem Ganzen, ich kann der magischen Summe auch helfen, indem ich rumlaufe. Die Aufhebung spricht dafür sorgen, dass wir eine Gegenmagie machen. Schleichen wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich bin hier immer mit voller Geschwindigkeit gelaufen. Schleichen. Ah ja. Schleichen also. Okay. Der Wurm darf uns einfach nicht bemerken. Okay. Also hier ist wahrscheinlich jetzt immer noch das Schutzschild. Dass wir nicht raus können. Ne. Das war's schon. Okay. Die Lösung war einfach nur hier durchzuschleichen. Sehr schön. Dann wollen wir doch gerade hier. So. Und wieder speichern. Wir haben schließlich eins mehr geschafft. So. Das Schutzschild aufbauen. So. Und weiter geht's. Nächstes. So. 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 Dann können wir doch hier einmal hochrennen. So. Eine Ausrichtung. Wenn ich mich richtig irre. Wenn ich mich richtig irre. Genau. Nehme ich erstmal kurz den Nasenspray. So. So. Ich habe nämlich noch ein bisschen Auswirkungen von der Erkältung in mir. Die ist aber am abklingen. So. Und dann machen wir hier einmal den Chaturga hin. So. 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 O. Jetzt haben mich alle Treppe besiegt. Und das nochmal. Und weg sind sie. Okay. Hier ist ein grünes Schild. Das Schutzschild. Den hier können wir wahrscheinlich wieder nicht bewegen. Genau. Natürlich. Für den erschienen kein B. Und hier ist auch ein grünes Schutzschild. Kommen wir mal hier in der Mitte, einmal außenrum, dann ist das das, wo wir langen müssen. Okay, erstmal hier ein bisschen verschnaufen, müssen wir schließlich jetzt einmal von ganz hinten bis ganz vorne durchrennen, aber wir haben ja unser Schutzschild und unser Schadensschild an, also so. Das ist jetzt mit Absicht sehr straightforward, dass man nicht irgendwie woanders hin kann, weil eigentlich geht es nur darum, den Zauber zu wirken, der hier eingestellt werden muss. Und natürlich habe ich hier das Speichern vergessen, das wollen wir natürlich nicht sagen. Also, I'm at Birch. Da habe ich zweimal B gedrückt, anstatt A zu drücken. Dann können wir hier die Summe wieder aktivieren. Okay, die Trapper sind unsichtbar. Ich meine, ich höre sie noch, aber sie sind... Und da bin ich jetzt? Okay, ich bin in die Kräfte der Schiene. Ach, das war... Okay, das ist jetzt natürlich fies. Okay, hier muss man wahrscheinlich auch wieder sich durchschleichen, weil die Trapper einen ja hören können. Mal gucken. Jetzt trifft sie tatsächlich nicht. Das ist verdammt fies. Und ich nehme dann, der Ausgang ist genau hinter mir. Mal gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie... Genau, oben sehen wir diesen Altar, der jetzt auch hier im hinteren Ende des Bildes ist. Moment mal. Ich sehe sie nicht. Ich könnte doch eigentlich... müsste ich sie doch sehen, wenn ich erkennen mache. Kann natürlich sein, dass die Trapper hier nur Illusionen sind. Ja, okay, die sind nicht Illusionen, da sind wirklich Trapper. In der Trapper-Dimension kann keine Magie angewendet werden. So, dann wollen wir gleich wieder zurück. Und eigentlich wollen wir auch nichts mit den Zombies hier zu tun haben. Hier ist ein Schrank. Ach, das ist, glaube ich, das Ding, was wir wegteleportiert haben, ne? So, das hier ist eine... Ein Trapper ist auf jeden Fall schon mal weg, weil die sterben ja, wenn sie diesen Teleport machen. Ich habe nicht richtig sehen können, welche Farbe die Trapper haben, muss ich gestehen. Aber das ist jetzt auch egal. Hier geht es nicht lang, jetzt muss ich wieder gucken. Wahrscheinlich geht es wieder hier unten aus dem Bild raus. Nein. Ja, wie gesagt, weil er nicht gespielt hat... Oder sind wir jetzt... Doch, es geht unten raus scheinbar. Nur, ja, ja, ach so, das ist der Raum. Okay, jetzt, aus der Perspektive her kenne ich ihn wieder. Das ist der Raum, wo wir eben gerade sogar drin waren. Ich wollte gerade sagen, mich rausreden wird ewig nicht mehr gespielt, aber das hatten wir ja gerade eben. Ja, ich bin ein kleines bisschen blind. So, und dann rennen wir wieder einmal durch. Einmal wieder ein bisschen Magie wirken. So, und dann kommen wir direkt zum nächsten. Ich kann noch was speichern vorher. Und dann nehmen wir das nächste. Na komm, aktiviere das Feld. So. Kurz warten. Kein Gegner, dann können wir mal durchrennen. Und nochmal Paragon. Okay. Steine in jeder Farbe. Schutzschild. Kein Vampir. Okay, ich hatte jetzt Angst bei den Steinen, dass da ein Vampir ist. von jedem, den ich versiegen muss. Gucken wir mal. Ähm. Schauen wir mal, ob die magische Attack überhaupt das Ding berührt. Okay. Dann stellen wir uns mal kurz in die Mitte stellen. Dass die alle gleichzeitig getroffen werden. Nee, können wir nicht. Okay, die Mitte ist ein Fire Pit. Da können wir nicht rein. Okay, dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich die stärkste Variante nehme. Kann ich erkennen. Zombie-Magische Attacke stärkste Attacke in generischer Farbe. Das hat das Problem gelöst. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir keine magische Energie mehr haben und auch nicht genug magische Energie, um den magischen Energie auf Ladezauber zu machen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber da haben wir ihn wieder. Und damit können wir dann hier auch durch. Und das ist die andere Seite von dem Raum, wo wir eben waren. Diesmal bin ich nicht so doof und rennen überall durch. Kurze Pause. Die war jetzt um Alex die Zeit zu geben und zu verschnaufen, dass wir auch durchrinnen können. Und noch einmal speichern. Das vorletzte Feld. Die vorletzte Rune. Kein Gegner. Also kommen wir los. Und was wir wollten waren. Ich würde sagen, ich gucke nochmal rein wirklich, dass wir jetzt nicht den falschen Zauber wirken. Das wäre doof. Wir wollten den Aufhebungszauber in der höchsten Stufe nicht sprechen, sondern prüfen. Das ist das komische N. Netlack. Das komische N ist hier. Aufheben. Ein riesiger Steinblock mit einem bizarren Muster dominiert diesen Raum. Ist dies Kunst? Ein Denkmal? Ein Grabstein der Ureinwohner dieser Stadt? Oder ist der Zeugnis der grotesken Bestattung eines der barbarischen Eroberer? Plus wir haben hier im unteren Bereich, im untersten Bereich überall dieses Gelbe. Und ich habe eben auch schon einen Trapper gehört in der Ferne. So, da will ich jetzt nochmal auf die Karte gucken. Wir sind links angekommen. Wir gehen jetzt hier runter und... Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier runter gehen, müssten wir nicht direkt rausgehen. Oh, da ist ein grünes Schutzschild. Das sollten wir aufheben. Das ist genau der Zauber, den wir jetzt machen wollen. Da sehen wir gleich, ob die rote Farbe die richtige ist. Oder ob ich das irgendwie im Kopf verdreht habe. Gut, also die rote Aufhebung als Zauber oben muss wohl die richtige sein. So, dann schauen wir mal jetzt, wo uns dieser Gang hinführt. Dahin, wo ich erhofft hatte. Und einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Dann haben wir halt die magische Summe erneuert, bevor wir das Schutzschild gemacht haben. Und jetzt die restliche Pagon. Die letzte Pagon Rune. Und dann sollte hier ja wieder alles in die Luft gehen. So. So. Okay. Ich habe das Gefühl, das heißt, dass diese Rune falsch ist. Oh. Gib drei von denen in einem Schutzschild. Und lass mich raten. Die magische Attacke geht nicht durch das Schutzschild durch. Und ich musste natürlich durch. Okay. Ich habe das Gefühl, die machen das Ding kaputt. Die greifen ihre eigene Barriere an, habe ich das Gefühl. Speichern kann ich nicht. Aber ich gehe hier und mache wieder Aufhebung. So. Die wirkt schon. Nein. Nein. Oder war ich einfach nicht nah genug dran? Ist ich vielleicht nach unten? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht nach unten. Das ist, wenn ich die auch hier irgendwie direkt nebenan mache. Nein. Andere Idee. Kann ein grünes Wesen dort hinein? Kann ein grüner Trapper durch diese Barriere hindurch? Weil ich kann ja durch meine eigenen Barrieren hindurch. Ja, ich habe jetzt auch eine grüne Barriere um mich herum. Kann der da durch? Nein, er kann nicht durch. Okay. Die Fessel macht was. Diese Magie bindet meinen Gegner an den, der den Spruch spricht. Der muss für die Dauer der Magie die Seiten wechseln. Ah. Kann ich das machen? So, dass die sich gegenseitig umdrehen. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Gucken wir mal, ob ich Zeit habe für die große Attacke. Attacke. Habe ich? Wahrscheinlich. Na gut, ich gehe davon aus, ich kann den auch so platt machen. Es ist nur noch einer. Und am Ende muss ich eigentlich nur seine Dreckköpfe glatt machen. So. Dann speichern wir hier nochmal. Und wollen doch mal sehen. Okay, das ist einfach. Das ist jetzt der Raum, wo wir wirklich hin brauchen. So. Und hier auch. Wenn wir jetzt ein bisschen Schaden davon nehmen, ist jetzt auch nicht schlimm. Dann halten wir uns halt nochmal. Oh, es hat gerade gereicht. Also müssen wir hier das Schild erneuern. Und die andere Richtung. Und weiter geht's. So, also er hat gesagt, dass ja, die Rune ist auch verschwunden. Also Areal war falsch. Jetzt wissen wir zumindest, was passiert, wenn wir den falschen Zauber einsetzen. Was könnte man noch machen? Also magisches Item, denke ich, gibt keinen Sinn. Erholung. Wir wollen die Stadt nicht heilen. Erkennen. Ist sehr weit unten in meiner Liste. Isolierung. Glaube ich nicht. Aufhebung hatten wir. Kreaturbeschwören. Schussschild. Kreaturbeschwören. Schussschild. Magische Attacke. Magische Attacke benutzt aber auch das Areal. Ja, auch Red Gormor. Und die war ja falsch. Grauen ist wieder. Kreaturmagische Attacke ist wieder. Im Endeffekt. Erkennen ist wieder Areal. Das fällt weg. Ein gesamtes Item macht für mich keinen Sinn. Irgendwas auf Selbst macht keinen Sinn. Was bleibt denn da noch? Gucken wir mal auf die Rune und auf die Ziele. Also auf ein Item macht keinen Sinn. Areal ist verboten. Selbstfindig macht keinen Sinn. Und das ist stärker. Also bleibt ja eigentlich nur noch Kreatur. Was haben wir denn? Wir haben ja andere Sprüche außer Kreaturbeschwören, die Areataken haben. Eigentlich nicht, ne? Das hier Fessel. Fessel, ja. Fessel könnten wir noch machen. Bei Kreaturbeschwören? Ich weiß nicht. Aber was würde Fessel machen? Einen Gegner an uns binden. Irgendjemand kämpft für uns. Ach, vielleicht, dass Xelotav für uns kämpfen muss. Aber es würde mich sehr wundern, wenn wir wirklich beeinflussen könnten, für wen Xelotav kämpft. Also wenn das so mächtig ist, dass das Xelotav beeinflussen kann, dass wir ihn verzaubern können. Ihn, sie. Meistens ist es ja eine Frauenstimme. So würde ich sagen, es ist sie. Sie ist meine Frauenstimme. Genau. Das andere ist nun ein weiteres Flüstern. Also es muss eigentlich Kreatur sein. Das stimmt. Ein paar Guns stimmen auch. Geht das? Jetzt haben wir zufällig den richtigen Spruch. Nee. Okay. Okay, das sagt er jetzt natürlich, die letzte ist falsch. Gut. Das können wir aber noch reparieren. So, wie ihr merkt, die Folge hier geht jetzt recht lang. Weil ich will jetzt hier das Rätsel noch durchkriegen. Ah, bitte meine Blindheit. Wo geht sie lang? Da geht sie lang. So. Upp, das ist der Eingang, nicht der Ausgang. So, wieder kurz warten und einmal durchriffen. So, eigentlich ist die einzige Gefahr, die wir jetzt haben, ist jetzt dieses gelbe Feld. Die Gegner haben wir ja schon alle platt gemacht. Äh, wie fehlt das aktiv? So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal, ob das stimmt. Hm. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken uns nochmal mal. das stimmt und nein gut ja dann muss das kreatur rufen sein wir können das wir können das aber auch wieder muss tier sein weil das sind die einzigen beiden zauber die ich kenne mit mit kreatur als ziel ja das sieht richtig aus noch einmal außenrum damit wir nicht den langen weg durch das gelbe laufen müssen hier ist tatsächlich irgendwo noch ein trapper der uns aber so ziemlich egal sein kann und dann geht es hier wieder durch ouch das hat nicht ganz gereicht also einmal das war die attacke einmal heilen wo ich denn heilen ist das hier nach oben ja einmal das schutzschild und dann würde ich sagen einmal speichern so jetzt gucken wir mal was hier dann tun wir das doch dann wird das wohl jetzt der endkampf sein ach miss roevers you're just in time the summoning spell i began two thousand years ago is finally complete you will now have the honor of becoming the first morsel for my lady zelotov an appetizer for the banquet your race shall provide you forget what it means to be human pious the human race will never go quietly into the darkness for as long as you have spent summoning your lord people have struggled against you now thanks to their efforts i have three of the ancient essences now pious this is the end jettet die 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 wak Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay, ich brauche wohl ein magisches Item Gucken wir mal, ob das... Okay, dieses Ding hat ihn schließlich aufgeladen, aber ja... Okay, aha, wenn ich ihn treffe, dann sehe ich kurz... Okay, er macht also eine magische Attacke und dann... Wenn ich ihn treffe, sehe ich wo... Nein, das war der falsche Zauber... Ich wollte mich eigentlich heilen... Okay... Oh... Oh... Moment... Jetzt bin ich sie... Kann nur nicht... Okay, ich war kurz sie... Ich wollte eigentlich das hier machen... Mist, hat er mich noch getroffen... Mann, ist der flott hier... Wow... Okay, erstmal so... Okay... Okay... Ich muss wohl... Ich muss wohl mit ihr dann... Ein Treffen... Keine Ahnung... Ich habe aber keine Ahnung, was ich machen muss... Ich kann mich also... So kann ich mich jetzt in die andere verwandeln... Aber die Sie kann keiner Magie wirken... Okay, der ist flott... Und der greift mich auch... Ich kann den nicht unterbrechen... Ich sehe auch gerade nicht, ob der die... Der irgendwelche Punkte verliert... So, ich fange nicht... So... Ah, Mist... Die Kameraperspektive hilft natürlich auch kein Meter... Weil... Sie natürlich... Jetzt... Jetzt... Jetzt hat es was gebracht... Das Ding hat nämlich eben gerade... Das war jetzt extrem blöd... Das war jetzt... Es sah für mich tatsächlich so aus, als stehe ich genau vor ihm... Also da hat mich die Perspektive eben gerade total verarscht... So... Das war wohl wieder ein Treffer, nehme ich an... Weg hier... Weg hier... Ah... Ja... Ja... Ich sehe, was los ist... Die Waffe ist nicht mehr magisch... Das muss sie natürlich sein... So... Jetzt muss ich wieder ihn treffen... Jetzt fängt jetzt alles von vorne... Ich hoffe nicht... Ich habe ihn getroffen, würde ich sagen... Ja gut, ich konnte eben nicht mehr rennen... Das war blöd... Das war nicht der Zauber, den ich machen wollte... Und wie man sieht... Ich kann nicht mehr rennen... Der ist direkt hinter mir... Wieso unterbricht mein Angriff seinen Zauber nicht? Soll es sein, dass er so stark ist oder sowas? Das ist der Zauber, den ich machen will... Und der wird natürlich sofort von ihm unterbrochen... Stand ich wieder zu weit weg? Oder was war da? Das ist für mich... Also das muss ich ganz ehrlich sagen... Ich sehe das nicht... Es sieht für mich so aus, als renne ich gerade in ihn rein... So... Hau doch mal da drauf, komm... Okay, jetzt bin ich wieder sie... Interessant... Der ist verdammt schnell... Das wäre jetzt nötig... So... Sofort... Ah ja... Der wird nicht unterbrochen... Beim Zaubern... Ah... Ich wechsle... Ich wechsle jetzt durch die Leute durch... Okay... Okay... Also ich muss ihn treffen... Und dann das Artefakt... Und zwar jeweils ohne getroffen zu werden von ihm... So... Okay... Jetzt muss ich wieder ihn... Ne... Jetzt ist das... Item wieder nicht magisch... Okay... Gut... Dann rennen wir mal hoch... Genau... Das ist... Ne... Ne... Er macht nur 3 Punkte... Da war auch blöd... Ich konnte jetzt das nicht mehr timen... Weil... Das ist mit Sicherheit auch ein Bug... Dass du die Stimme nicht mehr hörst... Und damit hast du ja keinen Timer mehr... Also... Das ist ja quasi... Das... Das ist ja quasi ein Timer... An dem du hörst... Ne... Ein Timer... An dem du hörst... Ähm... Wie weit er mit seinem Zauber ist... So... Okay... Jetzt bin ich der Nächste hier... Das müsste Anthony sein... So... Und ich bin wieder Sieg geworden... Das Blöde ist... Ich renne ihm jetzt so natürlich super in die Arme... Ich mach das Ding einfach... Ah... Okay... Ich muss als Er nur das Ding treffen... Okay... Oh... War das jetzt schon oft genug? Da kämpfen... Xelotav... Und... Chaturga... Okay... Der macht jetzt die nächste Stufe des Angriffs... Das sieht aber so aus... Als wenn... Im Endeffekt der Kampf... Genau... So weiter geht... Ja... Ich verwandle mich... Ich bin jetzt der alte Mann... Und... Okay... Also ich greife quasi Xelotav an... In Form von meinen... In Form von meinen... Vergangenen Leuten... Ja... Komm schon... Komm schon... Kommst du her? Muss ich ihn nochmal treffen jetzt? Das Ding scheint weg zu sein... Ja... Ist das natürlich eine super Methode... Ja... Ja... Ihn zu treffen... Ne... Du kommst erstmal hier hin... So... Und jetzt ist das Ding natürlich nicht hier oben... Ist ja klar... Wo ich es erwarten würde... So... Da kommt er jetzt an... Genau... Hat mich nicht getroffen... Das war genau... Das... Was ich gerade... Und eben immer mit vier Ausweichen... So... Oh... Wir haben die Essenz von Xelotav zerstört... Oh... Okay, er hat da jetzt ein Schutzschild erzeigt... Und jetzt nimmt er tatsächlich Schaden... Das ist wieder die magische Attacke... Die ging... Ah... Die geht von ihm aus... Und ich bin fast tot... Das war jetzt... Au... Das war jetzt wirklich... Au-Au... Und ich kann... Ich bin so langsam... Ich kann mich auch nicht mal mehr heilen... Das Problem ist... Man kann zwischendrin nicht speichern... Aber ich würde sagen... Wir versuchen es... Beim nächsten Mal... Nochmal... Oh... Da gibt es jetzt eine andere Sequenz... Okay... Das war ein besonderes Ende... Mit... Animation... Das Leben von Alex... Verging in den Fängen der Eternal Darkness... Naja... Das ist wohl... Kein anderer Text... Glaube ich... Als sonst... Ja... Ich würde sagen... Beim nächsten Mal versuchen wir es nochmal... Und dann werde ich es einfach so lange probieren... Bis ich es geschafft habe... Also... Bis dahin... Tschau... Miau... Tschau... Die noch males... So...